Herzlich Willkommen hier zu meinem Video auf diesem Kanal. Ich bin Liam und werde jetzt immer sonntags hier auf diesem Kanal aktiv sein und Videos hochladen. Das wird jetzt so ein kleines Vorstellungsvideo, wer ich bin und was so mein Weg ist, wie weit ich bin. So ein paar Hobbys, was ich eben in der Freizeit tue, um mich besser kennenzulernen. Ich bin noch ziemlich am Anfang, also geoutet habe ich mich wirklich schon vor allen zwei Jahren. Aber wie man vielleicht auch in meiner Stimme merkt, ich habe jetzt noch keinen Testosteron. Ich fange jetzt auch erst direkt mit den Therapien jetzt an. Also Ende dieses Monats fangen bei mir alle Therapien gleichzeitig an. Ich habe Termine in der Uniklinik in Erlangen und auch hier in Nürnberg bei einem Therapeuten, wo ich dann auch nebenbei sein werde. Und ja, was kann ich denn so zu mir selbst noch sagen? Meine Hobbys sind, ich drehe extrem gerne Kurzfilme mit Freunden und Schauspiel und Video ist so mein größtes Hobby. Nebenbei spiele ich aber auch saugerne Gitarre, muss ich sagen und schreibe auch ein paar eigene Songs. Aber das ist vielleicht nicht so interessant. Nebenbei habe ich jetzt auch angefangen ins Fitnessstudio zu gehen, einfach um mein Ziel schneller zu erreichen. Irgendwie mehr Selbstbewusstsein zu haben, was ich mir dadurch irgendwie aufbaue. Also das ist so mein Ventil im Moment, was ich so benutze, um eben happy zu sein oder so. Also das ist ziemlich cool. Da bin ich eben bei uns im Ort, eben im Fitnessstudio. Und sonst gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel, muss ich sagen, zu sagen. Also jetzt, wie gesagt, ich bin immer sonntags auf diesem Kanal mit meinen Videos. Eigentlich sollten diese Videos auch vor Sonntag noch kommen. Aber da ich ein paar Probleme mit meinem Laptop habe, konnte ich die Videos nicht hochladen. Und deswegen werden die erst eben jetzt erst kommen. Ich hoffe, das ist aber jetzt kein Problem. Und dann sehen wir uns eigentlich in den nächsten Videos, in den Hauptvideos. Und ja, dann wünsche ich euch noch jetzt ein paar schöne Tage. Und sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Und jo, ciao! Ciao!